Die 5 besten Beauty Organizer in drehbarer Ausführung Ich bin sehr zufrieden mit meinem Auxmere Beauty Organizer. Er ist perfekt für die Aufbewahrung meiner Make-up-Produkte und ich liebe es, dass er sich um 360 Grad drehen lässt. Das transparente Design macht es einfach, die Produkte zu finden und es ist auch ein Stylishies-Accessoire auf meinem Schminktisch. Der Organizer ist sehr stabil und bietet genug Platz für all meine Kosmetik. Kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich bin absolut begeistert von dem With-O-Send Make-up Organizer. Endlich habe ich eine Möglichkeit gefunden, mein Schminkzeugs und Parfüm ordentlich zu verstauen. Der Organizer ist 360 Grad drehbar und ich kann jede Ecke des Behälters erreichen. Durch die transparente Optik finde ich immer schnell das, was ich suche. Auch meine Skincare-Produkte haben darin Platz gefunden. Der Organizer sieht zudem sehr schick aus und passt perfekt auf mein Badezimmerregal. Ich kann ihn jedem empfehlen, der wie ich keinen Platz mehr in seinen Schubladen hat. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Yeezy Make-up Kosmetik Organizer. Die 360 Grad Drehbarkeit ist super praktisch und lässt sich leicht bedienen. Ich kann meine Kosmetikprodukte jetzt viel einfacher und übersichtlicher aufbewahren und jederzeit finden, was ich brauche. Die Box sieht dank des transparenten Designs auch noch toll aus und passt perfekt in mein Badezimmer. Ich kann den Yeezy Organizer jedem empfehlen, der mehr Ordnung in seinem Kosmetikbereich haben möchte. Ich bin sehr zufrieden mit dem 360 Grad Drehbaren Transparenten Kosmetik Organizer. Endlich herrscht Ordnung in meinem Badezimmer und auf meiner Kommode. Der rotierende Beauty Organizer bietet genug Stauraum für all meine Make-up Produkte und Hautpflegeartikel. Ich kann alles auf einen Blick sehen und schnell zugreifen, ohne lange suchen zu müssen. Der Make-up Organizer ist sehr stabil und hochwertig verarbeitet. Ich kann ihn absolut weiterempfehlen und würde ihn jederzeit wieder kaufen. Ein tolles Zubehör für alle, die ihre Kosmetik gerne geordnet aufbewahren möchten. Ich bin begeistert von dem Avenia 360 Grad Drehbar Make-up Aufbewahrung Kosmetik Organizer aus Acryl. Die sieben verstellbaren Ebenen bieten ausreichend Platz für all meine Kosmetikprodukte und dank der drehbaren Funktion kann ich alles bequem erreichen. Die Schminkaufbewahrung Box ist nicht nur funktional, sondern auch optisch sehr ansprechend und passt perfekt auf meinen Dresser im Schlafzimmer. Ich kann sie jedem empfehlen, der seine Kosmetikprodukte ordentlich aufbewahren möchte. Ein Muss für jeden Schmink-Fan. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.